Berlinda Tellingen stellte auf Gut Eiderbichl ihre Methode den sogenannten T-Touch dar. Frau Tellingen wurde es nicht müde drei Prinzipien ihres Schaffens darzustellen Praxis, Praxis, Praxis und der Vertrauensaufbau zu den Tieren. In Zusammenarbeit mit der zweiten Expertin dafür, mit Frau Beate Meyer, wurde hier ein Seminar durchgeführt, bei dem die verschiedensten Tiere zu ihrem Recht kommen. Frau Tellingen wies in ihren Ausführungen immer wieder darauf hin, wie wichtig es ist, bei Pferden die sogenannten Meridiane zu beobachten, die vor allem bei den Pferdeohren in Erscheinung treten. Das Verblüffendste für mich als Fotograf war immer wieder zu sehen, Mit welcher Geschwindigkeit Tiere in einen Ruhezustand versetzt werden, diese Tiere komplett vergessen, wie viele fremde Menschen um sich herum stehen. Im Freigelände des Gut Eiderbichls informierte die nächste Expertin, Frau Beate Meyer, das interessierte Publikum über die Details des Tellingen-Tats. Untertitelung des Gut Eiderbichls Untertitelung. BR 2018